weiter geht's und natürlich auch willkommen zurück haben wir hier noch ein kampf das ist einfach nur ein verpeilter kerl der da rumsteht schnell noch mal zum heilen hoch und dann können wir wieder mit dem fahrstuhl in den bereich von eben das müsste es endlich sein genau hier sind wir richtig bislang wurden wir von den random kämpfen verschont sehr schön aber ich bin falsch gelaufen gut dann geht es wieder zurück hier müssen wir noch unten und da ist natürlich die rache der random kämpfe das ist jetzt aber kein so schöner gegner deswegen liehen wir wieder nicht so der brüller und wieder erfolgreich geflohen auch bei hohen level kann es durchaus sein dass man das hin und wieder mal nicht schafft ich meine aber dass es da auch ein item gibt was die flucht vereinfacht noch mal schauen was der carlos jetzt sagt okay dann schauen wir mal hier das ist die ausrüstung medizin items okay wo ist jetzt die uniform hier kann sie eigentlich auch nicht sein bei ausrüstung dürfte sie auch nicht sein kurse auch nicht jetzt fällt mir was ein das hier bei hier ist doch hier und das sets und wie es aussieht klappt es das ist auch interessant er wollte sich nicht durchkämpfen wir sollten uns rein schleichen und jetzt dürfen wir uns schön durchkämpfen und er läuft uns einfach hinterher okay interessant das war schon so eingeplant jetzt kommt der windstoß und gegner 1 besiegt gegner 1 besiegt okay damit habe ich jetzt nicht gerechnet sonst hätte ich den als erstes anvisiert weil das ding ist nicht das problem jetzt nochmal dem windstoß hinterher hier werden wir mal die etwas härtere attacke machen um den one hit zu erzwungen und mit dem windstoß sollten wir auch schon mal in erheblichen Schaden verursachen. Und jetzt ist es eigentlich egal, was wir nehmen. Wir nehmen aber vorsichtshalber die geringen AP-Fähigkeiten. Hier kriegen wir schon mal ein bisschen mehr Geld. Die despawn direkt. Bevor wir weitermachen, nochmal ein wenig. Da haben wir es. Hochheilen. Wir haben zwar die Essenz, aber wer weiß, wie lange das hier geht. Ein Kampf werden wir danach definitiv noch haben. Vielleicht sogar auch noch einen zweiten. Das ist wieder eine schwierige... Nee, aber wir müssen Gunkie wegkriegen. Ach, shit. Ach, shit. Das Hochheilen eben war eigentlich... ja, Verschwendung. Denn das, was wir hochgehalten haben, wurde massiv zerstört. Und dann haben wir natürlich nochmal zusätzlich oben drauf Schaden bekommen. mit einem oder zwei HP überlebtes. das gibt es noch nicht. Das gibt es noch nicht. Aber... das gibt es noch nicht. Das gibt es noch nicht. Aber egal. Okay, Zweikämpfe sind es noch. Wir haben hier was und dort. Und Nessla ist schon erheblich angeschlagen. Okay, jetzt muss Nessla sowieso direkt gewechselt werden. Sonst wird Taifu ihn umhauen. Okay, von Windschluss habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Shit. Gut, Windschluss hat sowieso nicht so viel Schaden gemacht. Dann hoffen wir mal, dass der wilde Schlag bei Skunsch ein bisschen mehr Damage macht. Da hat uns das Gift dahin gerafft. Nehmen wir mal Crystal. Erst auf den angeschlagenen. Und dann nehmen wir uns den Fisch vor. Ah, den verbliebenen habe ich jetzt ganz vergessen. Okay, das war jetzt auch nicht so effektiv wie gedacht. Der eingehende Schaden wäre jetzt zwar auch nicht überwältigend. Das können wir jetzt hier entspannt aussitzen. Eine Kombination wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber das sollte jetzt den Ausschlag geben. Dann werden wir das Team einmal heilen. Das ist schon ziemlich ramponiert. Und dann schauen wir mal, was der letzte Fight hier so bringt. Jetzt greifen wir uns erstmal das Flug. Temtem. Und für den nächsten Angriff haben wir dann die stärkere Wasserattacke. Die wir dann hier drauf setzen können. Es sei denn, Windschluss macht schon sehr, sehr viel Schaden. Dann schauen wir mal, was er jetzt in den Kampf bringt. Oh, den müssen wir schnell wegkriegen. Das ist eigentlich ein Wasserelement. Ein normaler Windschluss hätte schon gereicht. Okay, der Psy-Schub ist jetzt ein bisschen zu viel. Okay, das ist gut. Hier können wir mit dem Blitz drauf. Hier erreicht ein ganz normales Pieken. Erreicht das? Nicht ganz. Aber nicht allzu viel habe ich hier verloren. Da können wir gleich nochmal notfalls mit der Salbe gegen heilen. schön, dass er sagt, dass meine Verkleidung funktioniert. Aber wir uns dennoch hier komplett durchkämpfen mussten. Also fürs nächste Mal direkt heilen und dann lostigern. Alles andere ist Blödsinn. Das war schon fast zu erwarten. Das ist unerwartet, weil wir die Entwicklungsform von Banapi eben fast gewoneheaded hätten. Okay, das ist nicht gut. Jetzt tauschen wir mal gegen das Team, was schon gut performt hat gegen die beiden. Okay. Jetzt zieht er erst den zweiten zurück. Ich dachte schon, Banshee bleibt, denn dieser Angriff hätte sie dann definitiv zerfetzt. Dann schnappen wir uns erstmal den Geist. Dann schnappen wir uns erstmal den Geist. Dann schnappen wir uns erstmal die Dinger hier. In der Runde kassieren wir aber schon mal keinen Schaden. Aber haben jetzt auch nicht allzu viel ausgeteilt. Aber haben jetzt auch nicht allzu viel ausgeteilt. Diesmal wird direkt geheilt. Und dann sind wir jetzt wieder einigermaßen sicher. Okay, hier vermute ich mal, dass das die Weiterentwicklung von Magi ist. Magi war Feuerelementar. Banshee sollte mit einem Blitzangriff gewone-hitted werden. Das sollte kein Problem sein. So sind wir endlich gut aufgestellt jetzt. Ja, sehr schön. Das war auch schon ganz ordentlich. Wir haben aber auch gut Schaden kassiert. Und hoffen, dass jetzt nicht zu viel Schaden reinkommt. Das sollte jetzt nicht allzu viel sein. Das war schon ganz ordentlich. Oh. Shit. Shit. Der hat sich jetzt selber massive Schaden zugefügt, einmal durch die Attacke und einmal dadurch, dass er keine AP mehr hatte. Das war doch ganz ordentlich. Tatero performt sehr schön gegen diese Elektro-Angriffe. Ist auch vom Typ normal. Hier gehen wir erstmal auf den... Ah ne, das ist schon die Weiterentwicklung. Ah, hier gehen wir mal bis zum bitteren Ende. Oh, das hat weh getan. Das auch. Oh! Der Kampf war im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay. Okay, das war's schon. Ah, die Schlittschuhe. Jetzt können wir auch vernünftig übers Eis gehen. So, der Baum ist jetzt für uns gesperrt. Wir kommen da nicht mehr hin. Schade. Wird sich vermutlich aber auch irgendwann wieder öffnen. Jetzt. Da kommen wir. Ah, verdammt. Auf dem letzten Meter. Das werden wir jetzt auch mal eben skippen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier den Enter-Haken bekommen, den hier jeder benutzt. Aber jetzt können wir hier auf dem Eis ganz normal uns fortbewegen. Und das dann natürlich auch in jeder Richtung. Okay, hier ist immer noch ein Quest-Symbol. Aber vermutlich dann auch für später. Wir müssen jetzt... Superio. Glaube ich. Ja. Das ist zwar da, wo ich hin wollte, aber wir müssen doch nicht hier hin. Dann gehen wir erst mal die Quest ab, heilen uns und dann gehen wir noch mal in die andere Ebene. Oh, hier ist der Dude. Ah, hier war die Paparazzi-Quest. Okay. Wenn es schläft. Okay, das ist natürlich dann sinnvoll, wenn wir so wie Saku eine Attacke haben, nach der wir in den Schlaf versetzt werden. Dann heilen wir uns nochmal um 10% und sobald wir dann Schaden kriegen, werden wir ja wieder aus dem Schlaf geholt. Dann gehen wir mal hier unten hin. Und wo müssen wir jetzt hin? Ah ja, genau. Und dadurch, dass wir die Schlittschuhe haben, können wir jetzt hier durchgehen. Ja, das ist ja schon mal sehr angenehm. Dann fehlt uns aber immer noch der Enter-Haken. Jetzt können wir hier auch mal die Kiste öffnen. Und den Save-Point nochmal aktivieren, falls wir besiegt werden sollten. Eigentlich müsste bei Zeiten mal, ja, müssten die beiden hier ausgewechselt werden. Denn hier haben wir ja schon ein gutes Wind-Element. Und Saku, für den habe ich eigentlich keine Verwendung mehr. Beziehungsweise die vier hier unten haben so gut performt gegen alles Mögliche. Tuwei ist einfach nur ein zweites Wind-Element. Und hier haben wir Natur-Wind. Wind haben wir schon genug. Natur haben wir zwar noch nicht. Oder er ist der einzige Natur-Elementar, aber dennoch. Ach, ich bin immer noch in der Vilsoto-Uniform. Einer gegen zwei, das ist natürlich mein Lieblings-Kampf. Okay, der ist jetzt 36, aber der Windschub sollte eigentlich guten Schaden machen. Von Tuwei ist der Windschaden deutlich besser als von Saku. Versuchen wir hier mal mit dem Blättern was zu machen. Okay, brauchen wir noch nicht mal. Ja, random Kämpfer haben wir auch noch. Ich würde hier auch noch zusätzlich. Ich würde hier auf Nessler wechseln. Weil der hier mit seinen Wasserangriffen schon viel Schaden macht. Aber der ist vom Level auch schon 35, der stärkste von allen. Und wir brauchen hier mal so ein bisschen Gleichgewicht. Auch wenn die Weiden, die wir jetzt nutzen, demnächst ausgesondert werden. Oder nee, dann brauchen wir die eigentlich... Naja, aber wir haben aktuell nichts, was wir stattdessen nehmen können. Ich habe für die Beiden zwar schon Temtems im Auge. Die ich gerne ins Team aufnehmen würde. Allerdings können wir die aktuell noch nicht fangen. Von daher... Können wir das Team auch noch nicht abändern. Gut, Sarko ist jetzt besiegt. Finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Hätte Nessler jetzt noch die richtige Eigenschaft, wäre es noch um einiges besser. Weil wir dann auch gegen Ganky perfekt aufgestellt wären. Da kommen wir nicht hin. Tuba ist jetzt mit als erster dabei, der ist schon massiv angeschlagen. Egal. Hier werden wir zunächst einmal auf den Linken gehen. Auf Erase. Okay, sah jetzt nice aus, aber ich habe nicht gesehen, was das... Schadensmäßig war das recht schwach. Der ist jetzt zwar besiegt, aber der hatte auch nicht viel HP gehabt. Und Crystal hat hier massiv an Schaden bekommen, weil er nicht genügend AP hatte. Für uns gut. Das ist einfach nur... Etwas zum C10. Tauen wir mal Crystal. Crystal ist jetzt vom Element Kristall. Wer hätte es gedacht? Und das ist sehr effektiv gegen Nessler. Sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Von den AP her ist eigentlich egal, was wir nehmen. Ich wollte erst das geringste nehmen, aber beide haben genügend, ohne dass die sich da irgendwie groß Schaden zufügen. Und von daher hatten wir da die Qual der Wahl. Kristallstaub ist ja von der Initiative her sehr flink. Von daher war das schon mal die richtige Wahl. Das war jetzt wiederum One-Hit. Das ist... Dass wir hier nicht sehen können, was kritisch ist und was nicht, ist schon recht ungünstig. Weil so wird dann auch die Effektivität der Attacken falsch bewertet und eingeschätzt. Schade, der hat nicht überlebt. Die sind jetzt sogar noch mal ein Level höher. Dann werden wir den mal hier drauf lassen und Nessler da drauf. Okay, und dieser AP-Unterschied kann jetzt nicht von einem einzigen Level kommen. Von daher, wenn unser Wasserangriff nicht grittet, dann kann es eigentlich kein One-Hit sein. Schauen wir mal, ob das gelingt. Ah, perfekt. Und wieder nichts. Aber anscheinend bekommen wir noch mal eine zweite Chance. Und mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Wieder nichts. Aber hier, der hat eine schöne Eigenschaft. Salbe plus zweimal nehmen wir natürlich auch gerne mit. Oh, jetzt mussten wir, glaube ich, hier unten den Bogen laufen. Der wiederum noch mal ein Level mehr als das, was wir eben attackiert haben. Und er hat mehr HP verloren. Wieder nichts. Seit der Aufnahme war auch noch kein... ...perfekter SV dabei. Hier müssen wir jetzt eigentlich nach rechts. Wir gehen aber einmal nach links, um zu gucken, was hier noch so ist. Entweder eine Kiste oder ein Kampf. Wenn wir den mit Wasser angreifen, wird er vermutlich sterben. Okay, jetzt können wir ihn fallen. Okay, jetzt können wir ihn fallen. ...verhindert, dass er in den Schlafzustand versetzt werden kann. Für PvP... ...würde ich schon fast sagen, ganz nett. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie oft das im PvP gemacht wird. Nee, machen wir an, das machen wir hier oben. Und den Wasserangriff hier unten, weil der unten... ...kommens... ...okay. Hat aber eine Vervierfachung des Schadens. Jetzt werden wir es mal riskieren. Na, der wird jetzt... ...sterben, der kleine Reiber. Na, doch nicht. Sehr schön. Dann können wir ihn ja fangen. Nessler war sowieso ausgezehrt. Ich schaffe es einfach nicht, euch mal hier so einen perfekten SV zu zeigen. Schade. Okay, gut. Wir machen eben eine kurze Pause. Und wir vollständigen die Höhle dann gleich im nächsten Take. Okay. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020